Wir sind in Rülsheim bei der CADEX Software. Wir entwickeln Software für automatische Hochregallager. Was mich daran eigentlich am meisten fasziniert, ist die Kombination aus Softwareentwicklung und Industrie. Das Spannende an sich, dass wir durch unsere Arbeit direkt oder unmittelbar was sehen, was sich bewegt. Grundkenntnisse in der Programmierung sind natürlich erforderlich. Die Einarbeitung, die war absolut flexibel. Ich konnte mich da super entfalten. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind immer teammäßig unterwegs. Wir verfolgen alle dasselbe Ziel, eine gute Software zu entwickeln. Heißt bei uns nicht nur Programmieren. Wir sind auch immer an der Konzeption und an dem Design von neuen Features beteiligt. Also das Schöne bei CADEX ist auch, dass wir ein ziemlich hohes Budget haben für Fortbildungen. Das gute Miteinander ist toll. Bei uns macht es wahnsinnig viel Spaß zu arbeiten. Bei CADEX wird es nie langweilig. Unsere Kunden bewegen mit unserer Software Millionen Tonnen an Ware im Jahr. Das zeigt, wie wichtig die Softwareentwicklung für die CADEX-Grenz da ist. Wenn Sie mit Ihrer Softwareentwicklung etwas bewegen wollen, dann schauen Sie bei uns vorbei.